oh mein gott oh mein gott leute habt ihr habt ihr flashbacks alter da sind sogar unsere kühe hier drin hey guck mal leute wir waren so lange nicht hier wir waren so lange nicht hier in der nähe dass der chunky gar nicht gelandet das weiß nicht gar nicht weitergewachsen ja es guck mal die kühe ist immer noch eine babykuh einfach nach 20 wochen gefühlt immer noch eine babykuh hier war unsere hier hat alles gestartet hier unsere serie gestartet leute hier war der anfang alter das irgendwie so voll komisch oder nach so langer zeit hier mal wieder zu seinem haus hingeht man unser erstes haus ich würde das ich würde das jetzt irgendwie ganz gerne hier mit euch in die luft sprengen aber das soll natürlich auch wenn ihr bock habt die welt zu spielen dann soll das natürlich auch noch hier als kleines artefakt da sein vielleicht findet ihr das ja als erstes haus von i cry max leute aber gut meine freunde wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen mir hat es unfassbar viel spaß gemacht leute lasst gerne noch mal ein like und abo da